Was wollen Sie wem wiedergeben? Sind Sie nicht Patrick Star? Jupp. Und das ist Ihr Ausweis? Jupp. Ich habe diesen Ausweis in dieser Brieftasche gefunden. Und in diesem Fall muss das hier dann Ihre Brieftasche sein. Das ergibt irgendwie einen Sinn. Nimm Sie sie! Das ist nicht meine. Du Kreuzkopf, du nimmst jetzt das Ding oder ich reiß dir die Arme aus!